Hallöchen. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted Among Thieves. Part, da ist ein Schatz. Wo? Rechts. Wo denn? Rechts, da, an der Klippe. An welcher Klippe? Da ist doch so eine Felsspalte. Rechts, Stück, äh, jetzt. Da oben? Ja. Da musst du wahrscheinlich hinschwingen und X drücken. Oh. Oder Dreieck, ja. Jawohl. Geil. Hättest du wohl sehen. Hey, wo muss ich denn eigentlich hin? Da komm ich her. Achso, ich muss da rüber. Du musst da rüber. Da bist du ja gestorben das letzte Mal. Ich bin hier gestorben? Nee, du bist nicht gestorben. Hier haben wir wieder geladen. Also, wir haben jetzt geladen quasi. Ja. Und du warst schon unten. Ah, stimmt. Hätten wir jetzt nicht da oben angefangen wieder, hättest du den Schatz nicht gefunden. Achso, ich war hier schon. Ja, ja. Du musst jetzt quasi hier hoch. Ja, genau. Und wir müssen irgendwie zu Tennen ziehen. Ach, es fängt schon wieder gut an. Es fängt schon wieder gut an. So. Äh. Was? Eine Uhr. Achso, hier. Eine Uhr. Eine Uhr. So. Wir müssen irgendwie zu Tennen ziehen. Keine Ahnung. Achso, jetzt hast du den Hebel. Genau. Den hast du nämlich. Achso, den hab ich noch nicht betätigt. Aber jetzt wollte ich hier nochmal gucken. Auch weil ich das letzte Mal schon dreimal gemacht habe. Ja. Deswegen. Wir machen jetzt das alles normal, ne? Du hast ja... Du musst jetzt hier die Glocken da runterlassen, ne? Oh ja. Ich muss die Glocken läuten. Die Bedrocks holt. Ach nee. Ach nee. Die Brücke jetzt. Ja, ja. Ne. Ja, ja. Das heißt, du leckst mich am Arsch. Tö, tö. Ja. Kaputt. Warte mal, ich mach mal den Sound ein bisschen lauter hier. Ja. Der hat mich bei Dark Souls, äh, Demon's Souls ein bisschen leiser gestellt. Okay. So. Wie kommen wir da jetzt rüber, wa? Das ist die große Preisfrage. Ich muss da irgendwie rüber. Auf die Harte. Am besten auf die Harte. Am besten. Ich neige die Knack. Ja, ja. Nicht so. Ein Seil. Ja. Darüber wahrscheinlich. Hättest du gleich loslassen können. Zack. Und runter da. Wir suchen den Eingang nach Shambhala, ne? Jo. Und der sollte den... Nein, jetzt suchen wir doch erstmal Hinweise dafür, dass... Ähm, Shambhala Block jetzt... Nein, dass hier der Doktor... Das steht da auch. Ja, genau. Ja. Was... Warum interessiert uns das? Hoch, hoch, hoch. Genau. So. Jetzt. Runter. Ah, ja. Okay. Du hast... Ich hab Bescheid. Du hast... Bescheid. Wo ich... Guck mal nach links genau, würde ich da sagen. Ob dein Schatz ist oder so. Hey, da muss ich da hin, oder? Nicht? Nee, du musst nicht in die andere Richtung. Oh. Hätte ich eher gesagt. Das ist der reguläre Weg zur Stange gewesen, den du gerade gegangen bist. Ich muss mich an eine Dinger daran hängen, oder was? Ja, würde ich sagen. Okay. Und dafür musst du an die Stange. Denn du bist so gut an der Stange. Ja. Das ist zu viel. Naja, probier. Der wird schon ankommen. So. Gerade so, ey. Hätte ich gesagt, warte noch ein bisschen höher. Okay. Nee, das war falsch. Du musst hören. Ja? Mann, du sollst an den Mitteln... Das andere hoch, quasi. Ja, ja. Und dann... Da links rüber. Dann musst du das nächste Teil nehmen. Ja, ja. Und dann links. Und dann schnell da links. Ganz schnell. Ja, ja. So, jetzt. Jawohl. Gerade so, ey. Auch wenn die Kamera ein bisschen verrückt gespielt hat. Lass dich erst mal hoch. Ich verhoff' mal, wie was ist. Oh. Kein Schatz. Kein Schatz. So, und jetzt musst du... Hä? Naja, nicht so eher hoch. Hoch. Ja, und dann? Nach links. Da ist so eine Klippe, Dings. Und da musst du wahrscheinlich... Von da musst du auch springen. Ah. Da hin, genau. Und jetzt musst du wieder... Ah, nee, das ist ein Seil. Ja, ja. Okay. Okay, dann springen. So, jetzt runter. Ja, ein Stück runter, glaube ich, ne? Und jetzt... Links hin? Ja, ja, ganz ruhig. Ich sagte nur, wo du hin musst. Ich helfe dich auch doch. So, und jetzt runter. So, ja. Der Gebruch. Ja, okay. So. Da ist Sackgasse. Sicher? Und... Ja, ja. Aber auch keine Schatze los. Äh... Okay. Ich mach' einfach mal hier. Einfach über springen. Ja. So, und nun? Äh... Da unten ist Kletcher. 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 Das kann sein, ja. Probier mal. Also... Ah. Ah, da ist es nix. Okay. Der muss also höher. Ja. Weil du bist jetzt tierisch weit runtergegangen. Bin ich jetzt links ran, irgendwie? Ah, ne. Oder doch, ja. Doch. Musste. Ja, ja. Und dann ganz schnell nach links. Oh. Anderes links. Ja, ja. Ich muss erstmal hier... Klar kommen, ja. Die Kamera über... So, und ansonsten muss es... Geh rüber, geh rüber, geh rüber! Ansonsten muss es zum Matsch. So. Und dann an die Felsspalte. Nein! Erstmal an die Stange. An die Stange. Scheiße! Ja, so kann man das... Nicht nochmal diese Scheißstelle jetzt gerade. Oh, fuck it. Doch, doch. Alles normal. Oh. Fast, ja. Fast. Oh. Da war ne Maus. Mann! Mach's das nicht. Ich hab dich verwirrt. Ich? Ich hab dich verwirrt. Das Ding, was da jetzt kam. Durch Ava Media Center. Verwirrt mich auch dauernd. Drecks Teil. Macht besseres Luftgeber. Bitte. Ich bin grad ein bisschen zu blöd. Das klappt nicht so richtig bei dir. Nee, ich bin... So, höher. Und jetzt... Ja, der geht noch nicht so schnell. Der geht noch nicht so schnell. Zack, 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 zack. Alter, setzt mich nicht unter dir. Ähm. Okay, ja, aber... Was hast du grad auch gemacht? Warum bist du nicht an der Stange gesprungen? Nee, weil ich zu kurz oder zu früh abgesprungen bin. Okay. Was jetzt? Okay. Hey, Tenzin! Oh Gott, das wollte ein Witz sein. Ich hab einen Scherz. Äh, ja, guck mal nach unten. Na, der musste denn, ja. Ja, ich muss da wahrscheinlich ran, oder? Ich weiß nicht, ob du jetzt nach Zeit machen musst. Ja, ja, das vibriert zum... Oh ja, die wäre schon runter. Oh. Ja, das hätte... Oh, hier... Ja. Ja, es könnte sein, dass es zurückgeht, ja. Ja, ich glaub, es ging zurück. Ich glaub, nur dadurch, dass ich den einen runtergedrückt hatte, ging's, ähm, nicht zurück. Wieder hoch. Das wurde erst mal stehen gehalten. Okay. Die Überplattform kommt aus dem Wasser. Schluss. Plattform. Plattform. Platt. 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 Nicht, dass es da, hier, Chinchamani-Stein hat. Ja, 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 ganz ruhig. Oh Gott, die geht auch runter. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es da... Ich glaub nicht, das wär zu ruhig. Das wär zu früh. Da ist der Eingang zum Tempel. Ja, ja, hier kam er noch. Zu einem Tempel. Oder Shambhala. Man weiß es nicht. So, rechts. Ja, ja. Deswegen sag ich ja rechts. Hier liegt noch... Keinen Schatz. Ah, jetzt hab ich noch meinen Kopfhörer fast rausgerissen. Ja, meinen mit. Eingesackt. Hoffentlich gibt's noch einen Weg raus. Da sind ganz viele Steine. Hey, ja, lass schon. Komm her. Ha, ha, schon. Das heißt gut auf Russisch. Das muss sie sein. Mhm. Schäfers Expedition. Mann, mach die Morse bitte weg. Stresst mich. Danke. Der Chinchamani-Stein. Viele Chinchamani-Steine. Chinchamani-Steine. Ja, ich weiß. Das Harz. Aus wie Schäfer. Sieh mal einer an. Schäfer ist tot. Äh, Schäfu lebt. Ich weiß. Die wurden alle erschossen. Die wurden alle erschossen. Entschuldigung, ich wollte nichts verraten. Das ist die Irmensäule der Lebensbaum. Das Ahnen-Erme. Deutsches Ahnen-Erme. Das waren alles SS-Leute. Oh nein. Was lauerst du da? Äh, Nazis. Das war bestimmt Hitler. Was wird dann aus dem Mann? Aus dem Mann wird Hitler. Der hat auch in Chinchamani-Steine gehabt. Tenzin. Schäfer war das. Schäfer war das. Mare, Mare. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. Der kommt jetzt dahin, denn er wusste, dass er sie gekommen ist. Schau. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Sofort. Das Monster ist wieder da. Oh nein. Äh. Eine MP. Könntest du gebrauchen. Mit 150. Die könntest du wirklich gebrauchen. Mehr kannst du nicht aufheben. Oh scheiße, aber hier liegt überall Munition, ey. Ich kriege die Krise. Jetzt wird sie wieder abgefahren. Mit vielen, vielen Yetis. Ne, wenigstens. Ey, da ist ein Schalter. Ein Schattner. Ey, da ist ein Schatz. Ne. Das wäre viel schöner gewesen, wenn sie das gesagt hätte. Verdammt, wir müssen raus hier. Ja, 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 smooth da mal. Erst mal Schätze suchen. Ja, ja. Das muss sein. So viel Zeit muss sein. Da ist Ende im Gelände. Jo. Aber irgendwas bewegt sich dann hier wahrscheinlich noch. Naja. Wenn du den Schalter drückst. Ziehst. Wegwürfst. Abbrichst. Wer auch immer. Äh, was auch immer. Da liegt was. Wo denn? Hinter dir. Liegt eine Notiz. Oder einfach ein Grafikpack. Ne, Licht. Oh, okay. Eine Notiz. Das wär's ja. Wir sind hier nicht in Silent Hill. Ach, stimmt's. Leider. Aber fast so gruselig wie ein Silent. Auf jeden Fall. Mit diesem scheiß Yeti, Alter. Und ein Sparstuhl. Oh, fuck, ey. Das Mist. Oh, Mist. Viecher. Ja. Der hat den im Arm ab, ey. Der Finger abgerissen. Ja. Und die schmeißen mit Fingern nach dir. So. Dann viel Spaß. Beim Kaputtfallern. Hm, aber die halten glaub ich nicht mehr. So hier raus. Weiß ich nicht. Das wär's ja ein bisschen unfair. Und er schießt auch. Du musst ausweilen. Oh, Gott. Äh, damit ihr... Ey! Ja, du musst... Oh, jetzt geht's mal aus. ...geben... Oh, also Schüttung, wie du... ...gegeben. Und jetzt aber nur zwei. Oh, erst. Vielleicht gehst du mal hoch. Äh! Geh mal... Geh mal hoch. Den Aufzug. Los. Ja, ich kann nicht. Gib. Ja, jetzt bin ich. Nein, nein, noch nicht. Noch nicht. Ich komm nicht weg. Ich bin... Ich bin voll in einer Ding gewesen. In einer Gasse. Ecke. Aber da kommst du weg. Ich glaub, du musst sie gar nicht töten. Ich glaub, du kannst sie gar nicht töten. Was ich kann, was ich nicht kann, du? Weiß ich nicht. Ob das so gemacht ist. Dass sie... ...unsterblich war. Dass sie so... ...du einfach weg musst. So, jetzt hast du es gleich. Oh, oh, oh. Wo kommt das Ding hin? Auf der andere Seite? Auf der andere Seite? Da, da, da. Scheiße, umgehauen. Schöne Action hier. So, zack, zack, zack. Genau. Draußen kommt ein Schrei. So, hast du nicht gemacht? Ich hatte die. Okay, sah jetzt auch. Jetzt kommen die dann nochmal von oben oder so. Okay, wir haben es geschafft. Oh, dann wird es noch mehr. Wir haben es geschafft. Fass, fass, mixen. Ja, bisschen. Jetzt musst du schießen. Ich schießt ihm die Birne weg. Runter, runter. Ich hab's doch. Schießt ihm die Birne weg. Ja, sehr schön. Schade. Du, dass du da weg bist. Er ist schwer. Ja, so ein Yeti wiegt was, ne? Monster-Yetis. Das weiß man ja. Das ist ein Mutanten-Yetis. Yeti ist irgendwie viel. Das Licht hat immer so. Fantastisch. Alles klar. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das Dorf wurde angegriffen. Das war Schäfer, Mann. Wer ist das? Das Dorf. Wer macht? Schäfer. Nein, Schäfer. Nee, das hat er eigentlich geguckt. Das ist kein Stor. Oh nein. Was ist los? Es ist Lazariewicz. Er hat uns gefunden. Wer macht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schäfer hat sie. Kade. Mon Schäfer, Jamdodok. Schäfer. Sie haben den anderen Weg genommen. Das ist unsere Schuld. Wir waren das. Okay, bleib du hier. Kümmere dich um sie. Na los. Wir gehen jetzt langsam arivillig abknallen. Auf jeden. Da hast du auch direkt Munition. Oh. Kapitel 19. Ja, schöne Pfeile. Belagerung. Eine schöne Armkost. Eine schöne Armkost. Ja, die musst du nicht abschießen. Oder den. Zack. Nice. An so eine Armkost kann ich mich auch nicht mal erinnern. Scheiße. Was sind die denn? Geh wieder rein. Geh rein. Ey, geh rein. Das ist nicht einer. Das ist keiner von denen. Ja. Oh. 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 Darf ich jetzt die ganze Zeit mit Ambuss schießen? Oh. 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 Ja. Oh. Oh. immer mehr langsam füllt sich der Kanal quasi vorher waren es noch PS Gita Spiele jetzt kommt eins ein Schuss ja da vorne liegt auch noch die ja ja ich ja immer die weiter wirst schon früh genug eine andere finden ja die können es liegen lassen rechts ist eine Akkau ich habe alles nur richtige Waffe genau der ist weg da kannst du den Pfeil nehmen vielleicht oder den Rechtshänden rechts nehmen Ja und ich würde sagen, wir machen auch Feierabend für diesen Part. Wir sind in der Belagerung und in der nächsten Folge, ja, folgen wir hier mal richtig auf. Morgen 17 Uhr geht's weiter bei Let's Play Uncharted Among Thieves Part. Das ist uns wartet mittlerweile. Mal gucken, so allzu lange geht's ja eigentlich mehr. Aber dürfte es nicht mehr gehen, denn viel länger gehen wir an Charlotte 1 auch nicht. Aber, an Charlotte 2 ist ein bisschen länger, also, ich weiß nicht, 40 Forts ab und wir wegen uns langweilig auf das Finale kommen. Also ganz lang, ganz, ganz lang. Ganz lang. Naja, morgen geht's weiter bei 17 Uhr. Wir sind raus und sagen Tschüssi.